Natürliche und hohe Remedies für natürliche Methoden zur Kontrolle Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus, allgemein bekannt als Typ 1 Diabetes ist ein Zustand, in dem eine Person einen Mangel an Insulin hat. Menschen mit dieser Art von Diabetes haben oft hohe Mengen an Zucker und Stärke in ihrem Urin und Blut aufgrund der Tatsache, dass diese Substanzen nicht richtig durch den Körper in Abwesenheit von Insulin verwendet werden. Oft werden Insulinabhängigen, Menschen mit dieser Krankheit zu verschiedenen Komplikationen anfällig sind, einschließlich diabetischer Fuß-, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krämpfe und Koma. Menschen mit Diabetes beschäftigen sich jeden Tag mit gesundheitlichen Problemen. Wenn Diabetes schlecht kontrolliert Unbehandeltem oder Links, kann es zur Erblindung, Nierenerkrankungen, Blutgefäßschäden, Infektionen, Herzerkrankungen, Nervenschäden, Bluthochdruck, Schlaganfall, Amputation von Gliedmassen und Koma führen. Wir geben Ihnen die Liste der Hausmittel für Diabetes, die Lebensmittel-Heilmittel zur Gewichtskontrolle und Blutzuckerspiegel enthält. Natürliche Ungekocht-Nahrung Natürliche Ungekocht-Nahrung ist die beste Medizin für alle Arten von Krankheiten. Sie haben ihre eigenen Enzyme bekam. Sie sind nicht mit Chemikalien verdünnt. Lebensmittel wie Sprossen, Obst, Säfte, Nüsse und so weiter können roh genommen werden. Eine Ernährung, die reich an Ballaststoffen essen hilft dem Körper Zucker langsam zu absorbieren, was wiederum den Blutzuckerspiegel ausgeglichen hält. Lösliche Faser-Typ macht den besten Job der Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Äpfel, Aprikosen, Rüben, Beeren, Möhren, Zitrusfrüchte, Fastenaken und Windersquash sind einige Früchte und Gemüse, die reich an löslichen Ballaststoffen sind. Lösliche Faser ist auch hilfreich bei erhöhten LDL-Cholesterinspiegelsenken, ein ernsthaftes Problem bei vielen Menschen mit Diabetes. Ganze Summe Diät Diät, die eine Kombination von Gemüse und Obst eine reiche Palette von Antioxidantin wie Vitamin C erhalten. Antioxidantin verhindert die Oxidation und Beschädigung der Arterienwende, die sonst zu Blechbildung und Herzerkrankungen führen kann. Übung Übung hat das Potenzial, die Diabetes durch nicht-medizinische Mittel zu kontrollieren. Es reduziert die Schwere der Erkrankung und reduziert das Risiko von Langzeitkomplikationen. Die Energie für Bewegung benötigt wird, kann den Menschen helfen, Gewicht zu verlieren, die zentrale Fettleibigkeit einen Teil des Risikos zu tragen hilft. Übung ist bekannt, die Insulinempfindlichkeit zu erhöhen, die im Wesentlichen die Ursache von Typ-2-Diabetes zu bekämpfen hilft. Auch keine regelmäßige Bewegung gegen Bluthochdruck zu reduzieren, den Menschen helfen, den Cholesterinspiegel zu senken und helfen. Sogar ein wenig mehr Aktivität jeden Tag helfen kann. Meditation Meditation senkt den Insulinresistenz in unserem Körper. Stresshormone wie Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin die Produktion von Insulin- und Glucose-Ebenen zu intensivieren. Die Verringerung dieser Neurohormone durch die transzendentale Meditation hilft bei der Blutzucker und Insulin zu balancieren. Dies hilft, metabolischem Syndrom und Diabetes zu normieren. Basilikumplätter Basilikumplätter haben die Macht der Blutzuckerspiegel zu senken. Basilikumplätter enthalten starke Ansoxidantien, die oxidativen Stress zu lindern, es ist diese Belastung, die Probleme bei Diabetikern-Verbindungen. Cactus-Saft und Leinsamen, Kaktus-Saft aus, ist auch nützlich. Cactus-Saft abnehmen kann helfen und Blutzucker und Insulinspiegel zu stabilisieren. Leinsamen konsumieren reduziert postprandielle Zuckerspiegel um 28%. Blätter von Heidelbeere Pflanze und Zimt Die Blätter der Pflanze sind Heidelbeere zu niedriger Blutzuckerspiegel bekannt. Auch 1-Creme-Zimt in der Nahrung für einen Monat senkt den Blutzuckerspiegel. Grüner Tee, dieser Tee ist nicht gegoren und hat daher hohe Gehalte an Polyphenolen, die starke an oxidative und hypoglykämischen Wirkung hat. Die Polyphenole helfen, in einer kontrollierten Freisetzung von Blutzucker. Tramstickblätter, der Fasergehalt in den Blättern erhöht Sättigung und verlangt den Abbau von Lebensmitteln. Isapkohl, auch als Psylium-Schale bekannt ist, oft als Abführmittel verwendet. Wenn Isapkohl mit Wasser in Berührung kommt, quittet es eine geerdige Substanz zu bilden. Dies verlangt dann den Abbau und die Absorption von Blutzucker. Mit Formin, ein Medikament häufig bei diabetischen Behandlungen verwendet wird, kann Ihr Magenverstimmung, für die Isapkohl als Wächterspeichern funktioniert. Reiki Reiki ist effektiver als jede andere Scheinbehandlung bei der Verbesserung der Gesundheit. Es gleicht den Zuckerspiegel und natürlichen Energiefluss im Körper. Fußreflexzonenmassage Fußreflexzonenmassage kann die Produktion von Insulin zu verbessern, indem die Zellen zu helfen, die Insulin im Körper produzieren. Es wird durch die Arbeit an der Bauchspeicheldrüse durchgeführt und in der Regel das Endokrine, Hormonsystem. Die Leber wäre ein weiterer wichtiger Bereich sein, durch Fußreflexzonenmassage zu arbeiten, aufgrund seiner Verarbeitungsfunktionen durch eine Erhöhung der Blutzuckerspiegel beeinflusst zu werden. Bitterkürbis oder Karela, reich an pflanzlichen Insulinpolypeptid P, ein biochemische Substanz, die bei der Verringerung der Blutzucker nützlich. Karela ist die perfekte Gemüse, wenn es darum geht, Kontrolle von Diabetes, insbesondere Diabetes mellitus. Während sie dieses Gemüse in so vielen Gerichten wie möglich enthalten sollte, schlägt mit Dr. Haka Bakru den Saft von 4 Karelas auf nüchternen Magen, als erstes am Morgen. Dieser Saft sollte sans Samen hergestellt werden. Wenn sie nicht die Samen verschwenden wollen sie konnten sie in ein Pulver zermalmen und streuen es auf Nahrung als eine Möglichkeit, die Gemüsegüte in ihre Mahlzeiten zu integrieren. Amla oder indische Stachelbohre, vollgepackt mit Vitamin C, ist Amla ein Elixier für Diabetiker. Laut Dr. Haka Bakru, helfen, einen Esslöffel Amla des ordnungsgemäße funktionierender Langehanschen Inseln stimulieren kann in regelmäßigen Abständen mit einer Tasse Karela Saft gemischt Saft mit und halten sie ihren Blutzucker unter Kontrolle. Jambul Obst oder Jamun, bekannt als ein sehr wirksames Hausmittel gegen Diabetes, Jamun ist ideal für Diabetiker, da sie die Funktion der Bauchspeicheldrüse optimal hilft. Abgesehen davon, dass nicht nur die Frucht nützlich für Diabetiker, aber auch ihre Samen helfen niedrige Blutzucker. Die Früchte enthalten an Glucosid genannt Jambuline, die die Umwandlung von Stärke in Zucker in Fällen mildert, wo es bereits hohe Konzentrationen von Glucose in einem des Blut. Um diese Früchte zu verwenden, nehmen Sie die Samen der Früchte, trocknen sie und vernichten sie. Fügen Sie einen Teelöffel dieses Pulver auf eine Tasse Milch, Wasser oder eine Tasse Quark und haben diese Mischung zweimal am Tag. Um dies für ein Medikament sogar noch potenter das Pulver von Jamun Samen, mit pulverisiertem Amla und Karela Samen mischen. Haben Sie einen Teelöffel dieser Mischung einmal oder zweimal jeden Tag den Fortschritt des Diabetes zu überprüfen. Grapefruit, auch als Angora in Hindi bekannt ist, ist dies eine Frucht, die etwas wie eine Orange aussieht, aber hat einen rötlichen Innenraum. Laut Dr. Shabirili, Ernährungswissenschaftler, Grapefruit sind die perfekte Medizin für Menschen mit Diabetes und diejenigen, die ein Risiko, an der Krankheit haben. Er schlägt vor, auf einer täglichen Basis drei dieser Früchte zu essen ihre Zuckerspiegel unter Kontrolle zu halten und den Ausbruch von Diabetes zu verhindern. Als zusätzlichen Bonus, auch diese Frucht hilft Ihnen, Gewicht zu verlieren, einen gemeinsamen Vorläufer für Diabetes. Mango verlässt, denn der Mango-Blättern für Diabetiker sehr nützlich sind, da sie die Funktion der Bauchspeicheldrüse optimal helfen. Dies hilft auch, eine Person, die den Blutzuckerspiegel aufrecht zu erhalten. Um diese Mittel zu verwenden, nehmen etwa 15 g frische Blätter und genießen sie in etwa 250 ml Wasser über Nacht. Am nächsten Morgen, quetschen sie gut in das Wasser und die Mischung filtern. Nun trinkt Filtrat jeden Morgen auf nüchternen Magen. Dieses Mittel ist auch sehr vorteilhaft für diejenigen, die aus Prädiabetes leiden.